Ja, hallo Leute, willkommen... Ah, geht doch. So, im neuen Part. Eure Custom-Super Mario... Eure Custom-Level in Super Mario Flash 2. Heute ein Level von Dennis Demke. Oh, shit. Und es ist der erste Teil der Storyline vom letzten Level. Ich hab die Codes ziemlich falsch eingelesen. Oh, lol, wie der hier rauskam. Ah, wir sind jetzt hier irgendwie auf einem Schiff. Ich hab das Gefühl, ich muss da hoch. Jo, was geht denn hier ab? My, oh ne, fuck. Ach so, ich muss da runter. Ich dachte, ich muss da hochspringen. Ja, ich dachte auch gerade schon, vielleicht springe ich da runter, aber dann sterbe ich. Und, ja. War komisch, dass man hier irgendwie rauskommt. So richtig komisch. Das ist ein Scrolling-Level, oder? Ja. Alles klar, ja. Das ist diese O-Boot. Okay. Das ist diese O-Boot-Fahrt. Und das... Das war ein Bug. Das war ein unfairer Tod. Und... Oh ja, das Game Capture-Programm funktioniert wieder. Ich hab keine Ahnung, was da irgendwie los war. Das wird ja kein... Episch. Super. Holy shit. Was ist da oben eigentlich, was? Ich glaub, ich versuch doch, da hochzukommen, weil... Keine Ahnung, ob das ewig geht. Diese Stelle. Ja, super. Oh Mann. So. Keiner. So. Verdammt. Oh, weißt du was? Ich guck jetzt mal im Editor. Wie denn das funktioniert hier? A2. Ja gut. Man muss einfach nur Geduld haben, die ich nicht habe, weil ich ein behinderter Mensch bin. Also heißt es an der Stelle einfach zurück in... ...tsch. Wie auch so oft im Leben, ne? Nee, Spaß. So. Ja, einfach... ...einfach hier runter und... ...schneiden. Obwohl, ich sollte hier lieber hochgehen. Ja. So, ich ducken jetzt einfach... ...warte. Schön, schönige Musik dabei noch. Aber das sieht auch... ...relativ gut aus, dieses Schiff. Ja. Aber es ist halt so... ...ein auch so eine langjährige... ...so... ...relativ langweilige Stelle hier. Weil man hier einfach nichts machen muss, außer den Kugel-Willis ausweichen. Ja. Ich glaube, den Kugel-Willis ausweichen ist hier so die einzige Sache, die man machen muss. Ja, das macht dann doch schon... Doch, das ist gut. Und ganz halt ducken bringt auch nichts, weil die kommen ja auch von hier, also... ...da hat man aus einer relativ langweiligen Stelle doch was Gutes gemacht. Das ist gut. Ein Fisch. Ah, wir sind im Fisch. Und hier ist das Ziel. Wir haben die Textbox nicht gelesen. Scheiße. Das hätte ich, glaube ich, machen sollen. Ja. Hm. Egal. War cool. So. Kann man das irgendwie lesen? Jedenfalls, egal. War cool. War cooles Level. Hat mir gefallen. Ich bedanke mich dann auch, ähm... ...fürs Bauen, fürs Zusehen. Die Wertung ist... Ja. Kriegt von mir 84%. Man muss da an der einen Stelle halt nur ein paar cool Willis ausweichen. Nicht so extrem was machen. Deshalb... 85% doch. Hat mir gefallen. Jetzt nicht so gut wie das, äh... ...wie den nachfolgenden Teil. Aber es war ein gutes Level. Daher bedanke ich mich fürs Bauen. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.